Günther Jauch, TV aus Für Wer wird Millionär? Darum ist die Sendung aus dem Programm geflogen. Günther Jauch ist ein echtes Urgestein im deutschen Fernsehen. Seit 1999 ist er bereits Moderator der TV-Show Wer wird Millionär? Doch nun wurde ausgerechnet die Erfolgssendung bei RTL aus dem Programm verbannt. Montagabend bedeutet für viele, Zeit für Wer wird Millionär? Doch damit ist fürs erste Schluss. Denn die Erfolgssendung mit Günther Jauch musste einer anderen Show weichen. Günther Jauch, Bauer sucht Frau statt Wer wird Millionär? Lange Gesichter bei allen Fans von Wer wird Millionär? Denn ausgerechnet die RTL-Show muss für ein anderes Format Platz machen. Denn seit vergangenem Montag wird statt der Quiz-Show eine andere überaus beliebte Show gezeigt. Bauer sucht Frau läuft bis zum 19. Dezember auf dem Sendeplatz von Günther Jauchs Stammshow. Damit war das Promi-Spezial von Wer wird Millionär? mit unter anderem Amira und Oliver Pocher, die letzte Show für dieses Jahr. Denn wie nun bekannt wurde, geht die Sendung von Günther Jauch in eine Pause und soll erst im kommenden Jahr wieder zurückkehren. Für aufmerksame Zuschauer ist das jedoch wenig überraschend, denn erst im Sommer, als Inka-Bause mit. Bauer sucht Frau international auf der ganzen Welt für liebeshungrige Bauern, die richtige Partnerin suchte. Legte Wer wird Millionär? bereits eine Sommerpause ein. Die Fans können somit beruhigt sein. Dass Günther Jauch auch nach den Feiertagen seine Show fortsetzen wird. Solange müssen die Fans von Wer wird Millionär? jedoch geduldig bleiben. Oder eben die Single-Bauern auf ihrer Suche nach der ganz großen Liebe begleiten. von dem der